ja hallo und willkommen bei e-bike tom ja heute komme ich mal wieder mit einem besonderen überraschung zu euch und zwar ich testen für euch mal beheizbare handschuhe und diesmal von der firma rockboss und zum zweiten ist sich auch eine sogenannte sturmhaube für die kalte jahreszeit und alles weitere dazu folgt dann jetzt gleich nach dem intro bis gleich so kommen wir mal zuerst zu der sturmhaube von der firma rockboss das ist diese hier und diese sturmhaube hat auch dann die besonderheit dass sie hier nochmal einen speziellen mundschutz hat und ich blende euch auch mal ein paar bilder ein ich habe sie vorher schon mal angezogen und des weiteren hat diese sturm aber auch hier dementsprechende schlitze für die brillenträger beziehungsweise auch für diejenigen die mit windschutzbrillen arbeiten dass man hier die brille vernünftig dann tragen kann ja das ist das erste und dann kommen wir mal zu den handschuhen das sind hier die handschuhe zu den handschuhen wird auch mitgeliefert natürlich akkus in der zahl 2 und enthalten ist auch dementsprechend ein ladekabel das heißt wir haben hier einmal den anschluss um die batterien aufzuladen und auf der anderen seite ist der anschluss für die handschuhe dann haben wir hier oben dementsprechende power knopf wo euch dann angezeigt wird wie weit der akku aufgeladen ist maximal drei leds erste led ist 100 prozent zweite led ist 50 prozent dritte led ist 25 prozent ja das aufladen selber das erste aufladen soll dauern hier circa um die sechs stunden das ist eine 5 volt 1,5 ampere 4000 milliampere stunden akku und der wird dann wie folgt hier eingesetzt man öffnet den reißverschluss dann hat man hier das kabel dann wird es eingeklingt dann ist der akku auch direkt aktiv und dann verstaut man das ganze hier wieder in die tasche so und dann ist der handschuh bereit ja von der verarbeitung der handschuhe muss ich sagen erst mal einen guten eindruck werden die handschuhe haben auch touch funktion einmal am zeigefinger und einmal am daumen und dann haben sie noch ein gummizug eine schlaufe zum festbinden und dann gibt es hier vorne noch ein gummi zum ausziehen der handschuhe kann man dann hier vorne an der schlaufe dementsprechend den handschuh wieder ausziehen macht erstmal guten eindruck diese handschuhe sind winddicht und wasser abweisend sollten aber nicht mit der waschmaschine gewaschen werden sondern nur mit handwäsche so durch längeres drücken hier auf der power taste kann man die handschuhe dann einschalten und dann leuchtet auch dementsprechend das led grün ist die niedrigste stufe von 40 bis 45 grad blau ist die mittlere stufe von 50 bis 55 grad und rot ist die höchste stufe von 60 bis 65 grad und dass der preis aktuell bei circa 70 euro im angebot liegt bei der firma rock boss auf der internetseite den link zum produkt habe ich euch hier mal im video eingeblendet und mit dem code ebike tom könnt ihr noch ganze zehn prozent sparen ja dann werden wir nicht an dem heutigen tag aber morgen früh die handschuhe testen weil morgen soll das dementsprechend unter dem gefühlpunkt werden und dann werde ich die handschuhe in den einzelnen stufen dann ausgiebig testen und dann sehen wir uns morgen so guten morgen erstmal allerseits ja heute ist es mal richtig kalt ja wir haben es aktuell minus ein grad und jetzt fange ich mal an die handschuhe hier von der firma rock bros zu testen ja mal schauen wie die sich bewähren power geben so ihr habt es gesehen der akku ist jetzt eingeschaltet und jetzt müsste ich nur noch drücken zack und jetzt bin ich direkt schon auf rot ja wir haben es auch kalt genug dann mache ich erst mal auf grün fange ich erst mal mit grün an zu testen gedrückt halten so jetzt haben wir erst mal grün und jetzt waren wir mal zehn minuten und dann schaue ich mal wie hier die wärmeentwicklung ist ich merke schon beim anziehen ja ich kann schon beim anziehen merken dass hier eine wärmeentwicklung ist ja und hier oben merke ich schon dementsprechend die wärme von diesen batterie betriebenen handschuhen funktioniert kann ich schon deutlich merken ja das kann ich schon merken ja die touch funktion zack ja ein bisschen laut so touch funktion funktioniert auch das heißt ich stelle jetzt mal hier um auf blau blau ist ja die zweithöchste stufe und sobald die temperatur erreicht wird oh ja ich merke schon es wird warm es wird warm ist sehr angenehm warm also rot bräuchte ich noch nicht mal grün und blau also die die niedrigste und die mittelste stufe die reichen hier glaube ich schon vollkommen aus wie gesagt wir haben es aktuell minus ein grad ja die dicken knöpfe an meinem helm kann ich mit dem handschuhen einstellen ich versuche mal jetzt auch die höchste stufe bin mal gespannt das war die grüne das ist die rote und hier auch noch mal auf rot mal schauen ja sehr warm sehr sehr warm also ich könnte hier locker jetzt meine 20 30 kilometer fahren das wäre nicht das problem also die handschuhe die sind gut warm also was ich feststellen kann ist ich kann hier die bremsen dementsprechend komme ich gut rein ich kann hier runter hoch schalten habe ich keine probleme klingeln will jetzt gerade mal nicht keine ahnung was mit heute mit der klingel los ist vorführeffekt mal gucken ob ich das ohne handschuhe kann ja ohne handschuhe kann ich es nee dann liegt es an den handschuhen handschuhe wieder an ich stelle es mal wieder auf grün aber wenn die temperatur einmal erreicht ist im handschuh dann reguliert sich dieser handschuh von selber und ja top schönes warmes gefühl an den händen sondern test war jetzt auch mal den turmhaube ja mit den handschuhen und sturmhaube gleichzeitig das funktioniert nicht das kann ich euch jetzt schon sagen auch ich habe das gefühl dass der mundschutz hier von der sturmhaube dass der für meine nase mundskinn verhältnis nicht groß genug ist also entweder rutscht die nase rüber oder das kinn unten aber beides zusammen ist nur minimal möglich ja ja und gleichzeitig muss ich hier noch filmen damit ihr das alles mitbekommt ja aber die handschuhe sind gut die handschuhe sind gut man müsste jetzt halt auf dauer testen wie lange sie der akku reicht ich habe mir hier ja wie gesagt ich blende euch noch mal die akkulaufzeiten der einzelnen phasen die es gibt blende ich euch noch mal ein zu leicht mittel und zu hoch aber ich finde dass diese ja diese leichte variante hier diese grüne variante mit 40 grad oder 45 grad die ist schon vollkommen ausreichend die ist vollkommen ausreichend für die aktuellen temperaturen wir haben es ja nur in anführungsstrichen minus 1 grad aktuell und da reicht es vollkommen aus und die handschuhe sind ja auch ausgelegt bis minus 20 grad und ich denke mal so bei minus 10 müsste man die mittlere stufe verwenden wenn man jetzt länger draußen unterwegs ist und bei minus 20 dann halt die höchste stufe aber bei minus 10 sehr angenehm warm sehr schön gefällt mir gut ja hier meine display kann ich bedienen ich habe die handschuhe mir in der größe xl geholt und ja ich habe das gefühl die sind ein wenig zu groß aber lieber zu groß als zu klein ja und den link zum produkt findet ihr natürlich in meiner video beschreibung und mit dem code e-bike tom könnt ihr auch noch hier zehn prozent sparen und kommt dann mit ja guten handschuhen durch den winter würde ich sagen dann schauen rot blau grün versucht man noch mal auf rot hier auch ja ich merke auch direkt wie es dann wärmer wird ja kann ich direkt merken 23 sekunden und dann merkt man dass es wärmer wird ja jetzt könnte ich hier meine schöne wintertour machen also klappt super ja und auch hier zum zu der sturmhaube die funktioniert auch prächtig ja sehr schön sehr schön sehr schön sehr schön gefallen mir sehr gut ja dann kommen wir mal zum fazit der handschuhe würde ich sagen so mache ich mal die sturmhaube wieder runter ja wie ihr seht es hat ja gefröstelt diese nacht also ich muss sagen die handschuhe sind tipptopp die sind richtig tipptopp ja aktuell sogar noch im angebot bei rockbross und funktionieren super also ich hätte jetzt hier locker meine 23 stunden tour fahren können leider muss ich nämlich noch andere handschuhe testen die zeige ich euch nämlich die nächste woche die sind noch mal ein ticken ja ein ticken besser wollte ich gerade sagen aber lasst euch über überraschen ich will es hier nicht so viel spoilern aber wie gesagt diese handschuhe hier von rockbross kann ich wirklich gut empfehlen die wärmeleistung ist vollkommen ausreichend was ich jetzt bei minus 1 grad getestet habe allein schon auf der stufe grün war hier vollkommen ausreichend vollkommen und da bin ich mir auch relativ sicher dass ich hier meine drei stunden touren fahren kann ohne dass dann die hände nach nach einer halben oder nach einer stunde kalt werden wie bei meinen bisherigen winterhandschuhen das wird mir mit diesen handschuhen definitiv nicht passieren und darüber bin ich jetzt sehr sehr glücklich das heißt wenn euch das video gefallen hat würde ich mich über ein ja daumen nach oben freuen und um keine weiteren tipps und tricks zu verpassen abonniert mein kanal aktiviert die glocke wie gesagt nächste woche kommt das nächste video zu beheizbaren handschuhen wie gesagt dann habe ich da noch mal besondere beheizbare handschuhe für euch mitgebracht und dass die jetzt auch gleich und da bin ich auch gespannt und dann sehen wir uns nächste woche euer tom